So, zum heutigen Experten-Tipp nochmal Björn Blaschke bei uns. Björn, Experten-Tipp in der Oberliga, SSV Reutling gegen den FV 08 Villingen. Dein Tipp? 3-1. Okay, kurz und knapp. In der Landesliga-Derby Tuss Metzing gegen die TSG Tübingen. Ich gehe davon aus, dass die Metzinger 2-0 gewinnen. Okay. In der Bezirksliga-Alb der TSV Genking gegen den SSV Rübgarten. 0-3. Okay. In der Kreisliga-A-Spitzenspiel der TSV Blitzhausen gegen die SG Reutling. Ja, jeder weiß, dass ich der SG-Anhänger bin. Ich tippe 1-3. Okay. In der Kreisliga-B2 der TSV Glems 2 gegen den SV Svetisawa Reutlingen. 0-0. Das kam mir aus der Pistole geschossen. Und in der Kreisliga-B3 nochmal ein Topspiel. Erster gegen Zweiter der TSV Betzingen gegen den Anadolu SV Reutlingen. Ich denke ein 2-1. Okay. Vielen Dank, Björn, für deine Tipps. Vielen Dank.